Sky Cinema präsentiert. Ihr Verhalten hat sich geändert. Nach 20 Jahren starren. Warum schreien Sie so? Sie schreien nicht. Sie jubeln. Im Film der Woche. Vergessen haben wir uns nie. Ich hatte 20 Jahre, um uns vorzubereiten. Und wir hatten keine Chance. Wir hatten ihr letztes Mal auch nicht. Die Fortsetzung von Roland Emmerys Meisterwerk. Independence Day. Wiederkehr. Jetzt auf Abruf und Sonntag, 20.15 Uhr auf Sky Cinema. Untertitelung des ZDF für funk, 2017